Müsste die eine Treppe sein an der Seite. Holy fuck. Okay. Ich gehe nochmal runter. Hier sind auf jeden Fall einige Burschen am Start. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um, ob es hier überhaupt weitergeht, das wissen wir ja nicht. Ich finde die Kamera so... Boah, ohne Spaß, ne? Können wir hier auch irgendwas noch machen? Ich weiß nicht. Ne, ich glaube hier geht es aber auch nicht weiter. Die Kamera, ey, die ist auch noch nicht so optimal. Aber gut, das ist halt so die Metal Gear Kamera normal. So ist das. Muss man mit leben. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier sind mehrere Leute. Der läuft da lang. Ja, die Kamera habe ich gesehen. Ist kein Thema. Wenn ich mich aber... Nehmen wir mal eben mit. Ah, das kann ich mal umstellen. Es gibt hier verschiedene Radar-Modi. Ich hätte auch ein Radar wählen können, was ich jetzt immer noch hätte, dann. Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Das wäre dann halt ein Eindringer per Phase, dann halt auch aktiv. Also in diesen Phasen, wo wir uns gerade befinden. Oh, scheiße. Das war dumm. Scheiße. Na ja, das war dumm. Das war dumm. Ja, was ist los? Scheiße, fuck. Na ja, war dumm. Das war dumm. Huren. Warte kurz. Alter. Au. Warte, lass mich kurz... Steh auf. Boah, Alter. Ohne Spaß, ne? Mehr jetzt schon auf den Sack. Das Dumme ist halt... Alter, warum fall ich hin? Ohne Spaß. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Das heißt, irgendwann müsste er down sein. Aber ich bin wahrscheinlich vorher down. Oh, geht doch, ey. Meine Fresse. Okay, das war ein bisschen dumm. Das war ein bisschen sehr dumm. Das war ein bisschen sehr dumm gerade. Alter Schwede. Der war... Ach, dann nicht. Da ist ja nur einer drin. Fuck die Bitch. Kommt der jetzt wieder raus? Okay, das Radar wird gleich wieder auf normal geswitcht. Ich hätte, glaube ich, das Radar doch anstellen sollen. Aber es gibt jetzt halt, glaube ich, keine großartige Möglichkeit, nochmal in irgendein Menü zu kommen. Deswegen... Alter, ich habe auch überhaupt kein Leben mehr. Fuck. Im Zweifel brauche ich das auch gar nicht. Das Blöde ist, man sieht das schon. Man blutet. Oh, fuck. Oh, ich bin doof. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich habe was vergessen. Saugpferd stoppen Blutungen. Zack. Ja. Benodiazepin. Antidepressierung. Entspannt die Muskeln gegen autonome Störungen. Okay. Jetzt bluten wir auch nicht mehr und verdienen kein Leben. Das ist nämlich ein Problem gewesen, weil wir haben gerade Leben verloren. In der Tat. So, sobald der wegguckt, gehe ich da rein und... Hau den mal eben weg. So. Das ist ein neues Gameplay-Feature, das man nicht aus den Augen verlieren sollte. Man blutet, wenn man angeschossen wird. Ist realistisch halt. Und... Man sollte dann immer Bandagen dabei haben. Es reicht nicht, einfach nur eine Ration zu nehmen und dann ist wieder alles gut. Bei weitem nicht. In Snake Eater, also dem dritten Teil, da geht das alles nur... Ja, ich sag mal, eine ganze Ecke weiter. Da wird das noch ein bisschen krasser. So, hier sind wir jetzt aber erstmal an dem Scheiß. Und hier weiß ich nicht so genau, wie ich weiterkomme, wenn ich ehrlich bin. Und hierzu will er mir ja was sagen. Der Gute. Der Gute. Vielleicht kann man es nicht so weit wegwerfen, ohne die Explosiven auszupassen. Wenn du genau wo die Blöcke sind, kannst du den üblichen Methoden nutzen. Da ist ein Feuerlöscher. Brenn sie öffnen und probieren, dass sie ein Feuerlöscher auszuprobieren. Wir könnten aber theoretisch auch einfach erstmal den Schlafen schicken. Achso. So, okay. Unten, also wir können durchkriechen. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn man nämlich dabei noch läuft, dann kann es immer passieren, dass man rollt und dann... Naja, ist auch nicht so toll. Hallo mein Freund. So, wo kommen wir hier hin? Okay. Einfach nur auf die andere Seite. Gut, wir gehen mal wieder hoch. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Die Brücke. So, es ist die Kasaka. die Brücke. Uh! UNTERTITELUNG 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 Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the hold and locate the actual metal... Uh-oh. Ein kleines Schnuckelchen. Alles klar. So, wo haben wir den gesehen? Keine Ahnung, da... Oh nein. Ich muss glaube ich, ich habe aber nicht voll Leben. Oh shit. Oh shit, weil gegen den muss ich jetzt, glaube ich, kämpfen. Der erste, naja, wenn man so möchte, Bosskampf. An exit point to the tanker holds, secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR framing. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze. Hands over your head. Now! Toss your gun overboard. Slowly. A woman. Show your face. You men. You're all the same. Who are you? We have nomads. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women, too. I'm a nomad, too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped winning. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tools to its conclusion. Scout knife with a surprise. You're Spetsnaz. I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Tja, und das Glück müssen wir jetzt erst mal beweisen. Oder das können. Okay. Ist halt nicht schlecht, ne? I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life. My family. We've shared everything. All the bad and all the good. I have no one. Nothing except the unit. Nothing else matters to me. Ja, wie treffe ich's denn am besten? Whoever you are, you're not stopping us. Ah, fuck. Die will nicht... Alter. Das ist halt auch so dumm, ne? Ich muss halt eigentlich nur ein Auge behalten. Aber die trifft halt mega gut. Das ist mein Problem gerade. Und ich habe leider nichts mehr. Ich weiß nicht. Bin ich am Bluten? Ja, bin ich natürlich. Das ist ein bisschen dumm, dass ich am Bluten bin. Nein. Boah, die trifft auch mit jedem Dreckschuss, ne? Ah, ich bin tot. Ja gut, aber das ist ja schon unfair gewesen. Ich bin ja nicht mehr mit vollem Leben hier reingegangen. Das muss man ja auch sagen. Das ist voll laut, ey. Das ist ja laut mit dem Spiel. Ja, 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 ja. Oh, fuck. Okay. Okay, wir haben so eine Zielhilfe drin, was sehr cool ist. Shit. Sollten wir aber auf jeden Fall auch nutzen. Weil ohne wird es schwer. Alter. Und sie hat halt einfach mal eine bessere Waffe als wir. Hat auch einen Vorteil. was? Alter, will sie mich verarschen? Nur wenn die da weggeht, oder was? So, geht doch. Meine Güte. Okay. Ach, sie kann mich dadurch treffen, ist sie aber nicht, dass sie rumfährt. Bleib ich jetzt hier hinter stehen, dann gucken wir mal, wie die jetzt... Oh, da hinten sehe ich noch eine Ration. Nehme ich mit. Und die nehmen wir natürlich auch gleich. So, wo ist denn die blöde Shop-Wacke? Na ja, gut. Das würde ich... Ja, nein. Alter, du bist so dumm, ne? Ja, ist ein bisschen dumm, dass er sich dann hinlegt und was weiß ich. Das macht alles so ein bisschen ganz komisch. Also, ich hab keine Ahnung, wie die ist. Ja. Wie soll ich denn die treffen, ey? Okay, ja, das Ding ist jetzt nicht irgendwie gefährlich. Rennt die nicht hoch? Verdammt, ey. Okay, ich hab sie getroffen, auf jeden Fall. Da ist ja schon mal was. Ah, jetzt geht sie woanders hin, sehr gut. Jetzt ist dieses nervige Flatterding aufregend. Ich warte mal, bis sie geschossen hat. Wuhu. Ich hab doch nicht geduckt, Mann. Hör doch mal auf mit deinen Granaten. Wenn ich Granaten hätte, du dann... Weißt du Bescheid, ne? Oh, shit. Ich hab die getroffen. Ich wollte eigentlich ins Licht schießen, aber irgendwie, das ist auch nicht so ganz einfach. Oh, scheiße. Muss nachwarten. Das ist blöd. So, und dann hier. Boah, Alter, man sieht überhaupt nix, ne? Man sieht echt... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist das Ding endlich aus, ey? Meine Fresse. Ist ja mega nervig gewesen. Ja. Nein. Nein. So, du blöde Kuh. Ey, doch, hat man wieder voll viel Leben, ey. Was soll denn das für ein Scheiß? Ach, nee, hat sie nicht. Er hat ja irgendwie zwei Lebensbalken, was... Das ist ein bisschen unfair, muss ich sagen. Äh, okay. Ja, okay. Irgendwie hat sie mich getroffen. Alles klar. Oh, ich hab mich getroffen. Ärgerlich. Schon wieder ärgerlich. Alter. So, meine Güte, ey. Wir haben mal Zeit. Oh, shit, das ist so doof. Yes. Jetzt ist sie ja betäubt. Ich hab ihr ja kein Leben entzogen, sondern sie betäubt ist eine... Betäubungspistole. Halt. Hmm. Cypher? Autokon. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich? One of Ocelot's allies. Yeah, the Gru Colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not gonna be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No. Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out, then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I, uh... I have a younger sister. A stepsister. We have different parents. I only knew her for two years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E-E. E-E? Her name is Emma, but I always call her E-E. Emma? Emmerich? Yeah. It just caught my eye, you know? I-I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over ten years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you.